Wieso das denn? Ich hab doppeltes Pensum. Ich leite doch seine Abteilung. Hey, das wusste ich ja gar nicht. Hat er da nichts dagegen? Wie sollte er? Er weiß es ja nicht. Was? Conard leitet meine Abteilung. Wenn ich zurückkomme, bin ich meinen Job los. Paranoia. Kannst du bitte den Scheiß wieder ausmachen? Paranoia. Superurlaub. 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 Geh du für mich. Vielleicht braucht er frische Luft. Könne ich mitspielen? Er kann für mich spielen.